so verrückt hier scheint wieder die sonne und es regnet da ist ein regenbogen hier wird geritten so als würde es gar nicht regnen man kann es eigentlich nur noch weg ignorieren ne paulchen wir haben natürlich uns hier einen kleinen baum gesucht wo wir uns kurz drunter stellen bevor wir uns wieder in den wald begeben und nach hause radeln und wenn die sonne scheint muss man auf jeden fall trotzdem immer regensachen mitnehmen weil es innerhalb kürzester zeit zu extremen regenfällen kommen kann und ihr seht was hier für ein tolles bild gerade entsteht hier wird weiter geritten im regen wie gesagt wir ignorieren den regen mittlerweile das ist wie soll man sagen ein bisschen nebel ein bisschen mückenpisse wie man so schön sagt mehr ist das ja nicht also alles was nicht innerhalb von sekunden fünf liter pro quadratmeter erreicht nennen wir eigentlich nur noch kleinst niederschlag wo man ganz ignorant das pferd einfach weiter bewegt und hier hat keiner den reitplatz verlassen wegen des regens total verrückt es ist auch relativ warm also hier in der halle ist eigentlich gar nichts los und hier draußen wird einfach weiter geritten da ist verena und gerade noch kurz geschnackt und hier auch und wir fahren jetzt weiter fahrrad was für die figur tun beim ebike ist das schwierig seitdem der akku ist leer dann wird es heftig also noch mal an euch schönen gruß von haus furt einfach herrlich und ich freue mich schon wieder auf morgen morgen geht der tag los mit bakterien mikroorganismen füttern meine neue aufgabe die ich sehr gerne mache im team mit zwei ganz fähigen leuten die biogasanlage mit mir zusammen gerade beschicken der liebe christian und der andreas und das funktioniert einfach hervorragend und ist das nicht toll blauer himmel regenbogen regen alles auf einmal sonnenschein total verrückte bilder ja ja pauschen war wieder los ja ich glaube schon so ist das echt total jeck also es regnet nicht wenig muss man auch dazu sagen und einfach weitergeritten also macht's gut wir hören und sehen uns bis dann tschüss